Streikende Beschäftigte, ein halbvoller Marktplatz, kämpferische Reden von Gewerkschaftern. Eigentlich gewohnte Bilder, aber keine Demo wie jeder andere, heute in Esslingen. Denn Wirtschaftsminister Nils Schmid war da und hat sich erstmals öffentlich hinter die Streikenden gestellt. Gleiche Tätigkeit, gleicher Arbeitsplatz, aber deutlich weniger Lohn und deutlich schlechtere Arbeitsbedingungen. Das kann nicht sein. Das ist kein Umgang, der mit den Beschäftigten und ihrer Würde vereinbar ist. Die Post weist das zurück. Verdi wirft der Post außerdem vor, den Streik mit Beschäftigten und Hilfskräften aus dem Ausland zu unterwandern. Diese hatten Briefe und Pakete an Sonntagen zugestellt, obwohl der Post Sonntagsarbeit gesetzlich verboten ist. Auch dazu deutliche Worte vom Wirtschaftsminister. Der Bruch des Streikrechts durch irgendwelche Tricksereien, dass der in Baden-Württemberg nicht geduldet wird und die Behörden werden dagegen vorgehen. Es kann nicht sein, dass das grundgesetzlich verbriefte Streikrecht durch solche Tricksereien unterlaufen wird. Die Post dagegen sieht keinen Bruch des Streikrechts, spricht von Mitarbeitern, die aus Solidarität zum Unternehmen arbeiten gingen. Ab morgen wollen die Post und Verdi wieder miteinander verhandeln. Gibt es auch dann keine Einigung, wird es sie wohl wiedergeben. Die gewohnten Bilder vom Poststreik.